Die 5 besten hängenden Waschtisch-Unterschränke Ich bin sehr zufrieden mit dem Wasagel Waschbecken-Unterschrank. Der Schrank bietet viel Stauraum und die verstellbare Ablage ist sehr praktisch. Auch optisch ist der Schrank ein Henbucker mit seinem charmanten Landhausstil. Die Montage war einfach und schnell erledigt. Insgesamt ist der Unterschrank eine tolle Ergänzung für mein Badezimmer und ich kann ihn anderen Kunden nur empfehlen. Ich habe den Venice-Badezimmer-Waschbecken-Unterschrank von Holmes & Jones gekauft und bin sehr zufrieden damit. Das schlichte Design in weiß Hochglanz sieht modern und elegant aus und das Möbelstück passt perfekt in mein Badezimmer. Der Unterschrank bietet genug Stauraum für meine Pflegeprodukte und Handtücher. Die Montage war einfach und das Material fühlt sich robust und langlebig an. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit meinem Kauf und würde Holmes & Jones sowie den Venice-Unterschrank jedem empfehlen, der nach einem stilvollen und praktischen Badezimmerschrank sucht. Ich habe den Relax-Days-Waschbecken-Unterschrank in weiß gekauft und bin sehr zufrieden damit. Der Schrank ist sehr stabil und hat genug Platz für alle meine Badezimmer-Utensilien. Besonders praktisch finde ich die Aussparung für das Waschbecken, die den Platz optimal ausnutzt. Der Schrank ist einfach aufzubauen und die drei Ablagen bieten genug Raum für Handtücher oder andere Dinge. Insgesamt ein toller Badschrank, der gut aussieht und seine Funktion perfekt erfüllt. Ich bin sehr zufrieden mit dem Germania WB-Unterschrank 8529 bis 569 Gigawatt Mauresa. Die Grafit-Weiße-Farbkombination mit Hochglanzfronten lässt ihn sehr modern und edel aussehen. Die beiden Schubkästen bieten ausreichend Stauraum und der Ausschnitt für den Siphon ist eine tolle Idee. Auch die Größe von 60 x 56 x 34 cm passt optimal in mein Badezimmer. Die Qualität ist gut und der Preis ist angemessen. Ich kann den Germania WB-Unterschrank auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich habe den Relax Days Waschbecken-Unterschrank in Walnuss gekauft und bin absolut zufrieden damit. Das geölte Holz und die robuste Konstruktion machen den Unterschrank sehr langlebig. Das verschiebbare Spiegelregal ist eine sehr nette Funktion und ich war froh, dass es problemlos passte. Auch der Wandspiegel ist von guter Qualität und einfach zu montieren. Alles in allem bin ich sehr zufrieden mit meinem Kauf und würde den Relax Days Waschbecken-Unterschrank jedem empfehlen, der einen robusten und funktionalen Badezimmerschrank sucht. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.